Von September auf Oktober hat die Vorarlberg im Bundesländervergleich mit einem Plus von 68 Prozent die prozentuell höchste Steigerung bei der Aufnahme an geflüchteten Personen. Das bringt die Länder unter Druck und stellt sich vor Herausforderungen, so auch Vorarlberg. Und dazu darf ich jetzt Landesrat Christian Gantner begrüßen. Vielen Dank für die Einladung, ein herzliches Grüß Gott. Herr Landesrat, lassen Sie uns kurz die Flüchtlingssituation im Lande beleuchten. Wie viele Vertriebene und Asylwerber befinden sich denn derzeit im Vorarlberg? Also ich möchte die Situation zum ersten Mal in der österreichischen Dimension darstellen. Wir haben immer vom großen Flüchtlingsjahr 2015 gesprochen. Wenn man die Asylanträge 2015 österreichweit betrachtet, so waren es österreichweit 88 Asylanträge im gesamten Jahr 2015. Betrachten wir das heurige Jahr, so sind es mit 13. November bereits über 100 Asylanträge österreichweit. Und hinzu kommen noch einmal mehr als 80.000 Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine. Sprich, wir haben im heurigen Jahr, was die reine Anzahl an Asylanträgen und Kriegsgeflüchteten betrifft, mehr als wie das Doppelte wie 2015 zu bewältigen. Das stellt uns alle vor große Herausforderungen. Einerseits dem Bund und wir haben, Sie wissen das, gemeinsam mit dem Bund eine sogenannte 15a-Vereinbarung, wo sich die Länder verpflichten, anteilsmäßig ihrer Einwohnerstärke auch Geflüchtete und Asylwerber zu übernehmen. Wir sehen das als Land für Arlberg nicht nur als unsere Pflicht, sondern auch als unsere Verantwortung. Wir sehen es auch als Verantwortung, diese Menschen entsprechend unterzubringen. Wir haben schon wiederholt klargestellt, dass Zelte für uns keine Lösung sind. Und deshalb sind wir jetzt intensiv auch auf der Suche nach entsprechenden Unterkünften. Wir haben derzeit vor Arlbergweit Größenordnung 3.100 Personen in Grundversorgung. Wenn wir die Quotenstatistik betrachten, sollten es knapp 4.000 sein. Wir sehen, wir haben hier ein Gap von 900 bis 1.000 Personen. Das ändert sich auch täglich. Und hier müssen wir einfach auch anerkennen, dass wir um jede Wohnung, um jedes Haus froh sind. Aber dass wir zum jetzigen Zeitpunkt als zeitliche Überbrückung, das ist wichtig, als zeitliche Überbrückung auch größere Quartiere brauchen. Wo kommen diese Menschen her? Einerseits wissen wir natürlich die Vertriebenen aus der Ukraine. Was ist mit den anderen Menschen? Sind das hauptsächlich Wirtschaftsflüchtlinge oder kommen die aus Staaten, in denen es um ihr Leben geht? Bei den 3.100 Personen, die im Vorarlberg in Grundversorgung sind, sind 57 Prozent ukrainische Geflüchtete. Und 43 Prozent sind Asylwerber aus den Hauptherkunftsländern Syrien, Afghanistan, Somalia, Irak und auch Indien beispielsweise. Jetzt hat gestern eine Meldung für viele Schlagzeilen gesorgt. Und das geht um hier in Schwarzach, gleich ein Steinwurf vom Medienhaus entfernt. Da soll eine Halle entstehen, wo Flüchtlinge untergebracht werden. Jetzt hat der Schwarzacher Bürgermeister Thomas Schierle kritisiert, dass die Gemeinde nicht frühzeitig eingebunden wurde. Warum haben Sie da von oben herab reagiert? Also wir haben, das ist mir wichtig, und ich bin froh, dass wir hier auch die Gelegenheit haben, Wir haben natürlich ganz klar nicht von oben herab reagiert. Ich nenne nur ein Beispiel. Wir haben im heurigen Jahr in Vorarlberg bereits drei Quartiere eröffnet mit mehr als wie 100 Betten. Und es war uns in diesen allen genannten Fällen immer wichtig, die Gemeinde frühzeitig zu informieren. Ich habe bei uns im Haus die Vorgabe gemacht, wenn wir in konkrete Gespräche über ein Objekt treten, dann möchte ich das zuerst wissen. Und mein erster Anruf ist beim jeweiligen Bürgermeister, weil es mir wichtig ist, der Bürgermeister soll das nicht von ihrem Anderswoar erfahren, er soll es nicht aus den Medien, er soll es nicht von einem Besitzer beispielsweise erfahren. Und das hat in den vergangenen Fällen immer sehr gut funktioniert. Ich habe im Haus schon den Ruf, dass die Mitarbeiter sagen, der Landesrat muss immer zuerst mit den Bürgermeistern sprechen. Das ist mir aber wichtig. Ich war selber 13 Jahre Bürgermeister und ich weiß, dass so ein Projekt gelingt, ist es wichtig, dass man frühzeitig auch den Kontakt mit der Gemeinde sucht. Im aktuellen Fall hat dieses Gespräch vergangene Woche am Mittwoch stattgefunden, wo ich persönlich dem Bürgermeister auch die Pläne präsentiert habe. Und es ist mir wichtig, auch hier noch einmal klarzustellen, es gab weder zu dem Zeitpunkt noch jetzt einen entsprechenden Vertrag, einen unterschriebenen Vertrag oder einen Vorvertrag oder dergleichen. Also es wurde zum frühesten möglichen Zeitpunkt auch entsprechend die Gemeinde eingebunden. Das ist uns wichtig. Wie ist es zu diesem Objekt gekommen? Ist da der Objektbetreiber oder Bauträger oder wer auch immer auf Sie zugekommen oder sind Sie auf die Firma zugegangen? Wir haben mehrere Aufrufe auch in diesem Medium und überall gemacht, dass wir entsprechende Hallen auch suchen, entsprechend größere Unterkünfte. Und der Kontakt wurde hergestellt zwischen unserer Liegenschaftsverwaltung und dem Anbieter. Jetzt hat der Bürgermeister in seinem Flugblatt geschrieben, dass die Firma I&H Schertler alle bestehenden Vorverträge aufgelöst habe und das Land Vorarlberg für zehn Jahre in Vereinbarung mit den Bauträgen abgeschlossen hat. Zudem wurde heute auch noch bekannt, dass aber der Baurechtsgeber, also sprich auch der Grundstückseigentümer, keine Zustimmung geben würde, dass in dieser Halle zum Beispiel Flüchtlinge untergebracht werden. Wie ist jetzt da der aktuelle Stand der Dinge? Was ist korrekt und was ist nicht korrekt in diesen Aussagen? Also der aktuelle Stand ist, dass uns dieses Objekt von derjenigen, dem Unternehmen, das auf einem Baurecht baut, angeboten wurde. Also vom Richter wurde uns dieses Objekt angeboten und gestern wurde mir auch vom Bürgermeister ein Schreiben übermittelt, wo der Grundbesitzer sich auf den Baurechtsvertrag mit dem Richter beruft und sagt, dass im gegenständlichen bzw. im abgeschlossenen Baurechtsvertrag das nicht entsprechend berücksichtigt ist. Es unterstreicht für mich aber noch einmal mehr, dass man daran sieht, diese aktuelle Situation befindet sich in einem sehr frühen Stadium. Also das ist, wie diese beiden Fakten zeigen, noch weit weg von irgendeinem Vertrag. Und auch wenn wir den Horizont jetzt betrachten, sollte es beispielsweise zu einer Realisierung kommen, dann ist eine Belegung mit Ende April 2023 geplant. Also wir sind hier mehr als sechs Monate im Vorhinein bereits auf die Gemeinde zugegangen und sind in Gesprächen. Ein Punkt, der auch noch angeführt wurde, ist, dass die Halle als Gewerbehalle gewidmet ist. Also könnte man dort überhaupt eine Asylunterkunft machen? Oder könnte man Asylsuchende dort unterbringen, wenn es eine Gewerbehalle ist? Was die Flächenwidmung betrifft, gibt es den Paragraf 20a des Baugesetzes, der ermöglicht, dass eine Unterbringung von Flüchtlingen und Asylwerbern auf einer Fläche, die einer Bauflächenwidmung, welcher Kategorie auch immer, einer Baufläche Wohnen, einem Bauflächenmischgebiet, einem Bauflächenbetriebsgebiet, wie im gegenständlichen Fall, möglich ist, ja. Würde das Land dann bestimmen oder müsste der Bürgermeister zustimmen, der ja meist oberste Baubehörde in einer Gemeinde ist? Also was die gegenständliche Flächenwidmung betrifft, bräuchte es keine zusätzliche Zustimmung der Gemeinde. Aber mir ist noch einmal wichtig, also wir sind hier in einem sehr guten Einvernehmen, mit der Gemeinde, in einem intensiven Gespräch mit der Gemeinde. Wir hatten, können Sie sich vorstellen, gestern mehrere Telefonate. Es war der Bürgermeister auch heute Morgen im Landhaus. Wir haben uns zu dieser Thematik auch wieder beraten und sind hier ständig im Kontakt, um eine entsprechende Lösung zu finden, die für alle erträglich ist. Eine Befürchtung, die Bürgermeister Thomas Schirrle hat, ist ja, dass durch die zusätzlichen Flüchtlinge alle Dimensionen gesprengt werden, wie er es ausgedrückt hat. 200 Menschen würden dann Bevölkerungszuwachs von 5 Prozent bedeuten. Warum will man diesen Weg gehen, eine große Flüchtlingsunterkunft zu schaffen und im Falle von Schwarzach der Gemeinde alles aufzubürden? Also wir müssen die Größenordnung auch klarstellen. Wir haben gesprochen von einer Unterkunft bis zu 150 Personen. Im Gespräch gestern beispielsweise haben wir gesagt, wir können uns auch vorstellen, dass wir diese Unterkunft auf 100 Personen reduzieren. Und ich möchte einfach noch einmal an die Zahlen eingangs erinnern. Wir sollten 4.000 Personen unterbringen, bringen derzeit 3.100 Personen unter. Und ich möchte auch noch einmal daran erinnern, beispielsweise im Jahr 2015 haben wir im Vorarlberg auch 8 Quartiere betrieben, die mehr als 100 Personen untergebracht haben. Sind Hallen einfach besser als Zelte, auch wenn in diesen Hallen beispielsweise, wenn es kein Oberlicht gibt, nur künstliches Licht, keine Fenster? Also ich glaube, Hallen sind definitiv besser als Zelte, da sind wir uns alle einig. Ich bin auch klar der Ansicht, dass eine Halle keine Dauerlösung ist. Das wäre ja niemals so geplant, dass die Menschen in diese Halle kommen und denn ein Jahr in dieser Halle sitzen. Das Ziel ist natürlich nach wie vor, dass wir die Menschen in kleinere Quartiere unterbringen, dass wir die Menschen auch letztlich in jeder Gemeinde wie der Vorarlbergs unterbringen, weil das durchaus auch ein Schlüssel, ein wichtiger Schlüssel zur Integration ist. Mehrere Hallen anzumieten über das Land hinweg, um dort eine größere Anzahl von Flüchtlingen unterzubringen, ist das nicht angedacht oder können Sie sich das durchaus vorstellen? Wir werden natürlich zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich noch mehr als wie eine Halle brauchen, um die Zahlen entsprechend zu bewältigen, weil uns, wie gesagt, alles wichtiger ist wie ein Zelt und weil wir diese Hallen einfach als Übergangslösung, als Übergangsmöglichkeit auch zu kleinen Quartieren nützen, wie es beispielsweise 2015 auch gehandhabt wurde. Wie sieht es mit den Messehallen aus? Gibt es da keine Möglichkeiten? Die Messehalle ist derzeit nicht in Prüfung. Falls man das Ganze so umsetzt mit einer Halle, gibt es da dann auch ein entsprechendes Sicherheitskonzept? Das wird ja unter anderem bei den Containerdörfern, die in Tirol geplant sind, wird ja ein Sicherheitskonzept erstellt. Genau, das ist natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil. Ich darf einfach noch einmal daran erinnern, wir betreiben derzeit bereits im Land drei Quartiere mit über 100 Personen. Das funktioniert sehr gut. Hier sind einerseits die Anrainer eingebunden, hier ist die Gemeinde eingebunden, hier ist in sehr vielen Fällen beispielsweise auch die offene Jugendarbeit eingebunden und hier gibt es natürlich auch Konzepte mit der Polizei beispielsweise. Im Sakrikör Riedenburg sind ja zum Beispiel Menschen aus der Ukraine untergebracht, in Tirol wurde auch schon darüber diskutiert, ob man den Klöstern, den leerstehenden Klöstermenschen unterbringen kann. Gibt es hier Potenziale in Vorarlberg? Wir sind auch mit Klöstern und mit kirchlichen Einrichtungen im Gespräch. Hier gibt es auch Angebote. Falls jemand helfen will und sagt, ich habe Halle oder ich habe Wohnraum etc., wo kann man sich denn da melden beim Land oder Ähnlichem? Also es gibt die Möglichkeit, dass man sich beispielsweise bei der Caritas melden kann. Caritas Flüchtlingshilfe ist ein Kontakt und ein Kontakt auch direkt zu mir, an meine E-Mail-Adresse, an unsere Telefonnummer. Wir sind hier sehr froh um jede Unterkunft. Wenn ich Wohnraum zur Verfügung stelle, mache ich das dann sozusagen aus Nächstenliebe? Oder gibt es eine Entscheidigung dafür? Kommt das Land für den bereitgestellten Wohnraum auf und auch für etwaige Scheiden, die entstehen können? Also wir, wenn wir die beispielsweise jetzige Situation betrachten, dann haben wir 70 Prozent der Personen in sogenannten organisierten Quartieren untergebracht. Das sind Quartiere, die von der Caritas beispielsweise begleitet und organisiert werden. Das sind auch Quartiere, die von der ORS, einem weiteren externen Betreiber, betrieben werden. Und daneben haben wir circa 30 Prozent der grundversorgten Personen in sogenannten Privatquartieren untergebracht. Das ist ein Quartier, wo jemand privater Wohnung anbietet, wo jemand privat beispielsweise auch nur ein Zimmer anbietet. Dafür gibt es auch eine entsprechende finanzielle Abgeltung. Da gibt es eine Entschädigung. Reich wird hier niemand. Das muss man in diesem Zusammenhang auch sagen. Aber diese Menschen waren entsprechend abgegolten und entschädigt. Was wir aber schon auch erkennen, während wir beispielsweise bei den Ukraine-Geflüchteten in der Anfangsphase 60 Prozent in Privatquartieren und nur 40 Prozent in organisierten Quartieren hatten, sehen wir, dass diese Tendenz sich jetzt mittlerweile natürlich stark umdreht. Wir hatten hier ein großes Gefühl, dass die Menschen helfen wollten. Aber da war immer noch hier und wo im Kopf, ja, der Krieg geht ein paar Monate beispielsweise in der Ukraine. Und jetzt zeigt sich immer mehr, das Ganze geht länger. Und deshalb entwickelt sich das auch immer wieder stärker vom privaten Quartier ins organisierte Quartier. Erhalten Sie Signale aus den Gemeinden, dass die Gemeinden bereit sind, noch weitere Vertriebene oder auch Asylwerber aufzunehmen? Ja, wir sind in einem sehr engen Austausch mit den Gemeinden und das ja auch nicht erst seit den letzten Wochen. Wir sind beispielsweise letztes Jahr im Herbst schon in regelmäßigen Videokonferenzen auch auf die Gemeinden zugegangen. Wir wissen, dass wir diese Situation nur im Miteinander, im Miteinander zwischen Land und Gemeinden und letztlich auch der Zivilgesellschaft handeln werden können und bewältigen werden können. Die Gemeinden sind für uns wichtige Partner. Wir haben Gemeinden, die uns gerade in den vergangenen Monaten schon sehr stark geholfen haben, was in kleinen Gemeinden, Quartiere betrifft, was aber auch in großen Städten. Ich erwähne beispielsweise Norddorn, Birn, Feldkirch, auch Hohenims, wo in absoluten Zahlen auch bereits ganz viel leistet. Hier geschieht viel und wir laden alle Gemeinden, die noch keine Flüchtlinge untergebracht haben, ein, sich daran auch zu beteiligen. Natürlich wird von allen Seiten eine EU-weite Regelung gefordert, was die Aufnahme von Asylwerbern und Flüchtlingen betrifft. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass da irgendwann einmal eine Entscheidung kommt und dass die auch gleichermaßen von allen umgesetzt wird? Macht das gar keinen Sinn, auf so etwas zu warten, sondern lieber selbst die Arme hochzukrempeln und anzupacken? Doch, das ist für uns wichtig. Also wir sagen, wir haben eine 15a-Vereinbarung. Die sagt einerseits, dass die Gemeinden und die Länder dazu verpflichtet sind, hier für die Unterbringung zu sorgen. Ich habe bereits ausgeführt, dazu stehen wir auch. Aber eine Vereinbarung hat immer zwei Seiten. Und wir fordern auch von der anderen Seite ein, ihre Hausaufgaben zu machen. Dazu zählt für uns beispielsweise ein konsequenter EU-Außengrenzschutz. Hier zählt für uns ein starkes und resignantes Vorgehen gegen Schlepperei, gegen illegale Migration. Hier zählt für uns auch, dass wir in Europa es wieder schaffen, einheitliche Grenzen und Visabestimmungen zu haben. Es kann nicht sein, dass Inder beispielsweise visafrei nach Serbien einreisen und da mit dem Schlepper zu uns kommen. Wir fordern auch, dass es eine gerechte Aufteilung innerhalb der EU gibt. Wenn wir die Klientel der Asylwerber beispielsweise betrachten, dann ist Österreich nach Zypern das zweitstärkst betroffene Land, was die Asylanträge pro Kopf betrifft. Und uns ist es auch wichtig letztlich, dass wir weiter bei schnellen Asylverfahren bleiben und wirkungsvolle Rückführungsabkommen haben. Es kann auch nicht sein, wenn jemand einen negativen Asylantrag hat, dass das Herkunftsland die Person dann nicht aufnimmt. Also es braucht diese Ebene auch ganz stark, weil wir nicht nur unten Plätze schaffen können, sondern wir müssen auch eine große Lösung finden für das Ganze. Die EU-Außengrenzen stärker zu kontrollieren, zu schützen, ist das eine. Die österreichischen Grenzen stärker zu kontrollieren, das andere. Würden Sie für stärkere Kontrollen an den österreichischen Grenzen plädieren? Also ich glaube, die Antwort kann und muss hier eine europäische sein. Wir müssen hier als Europa zusammenstehen. Wir müssen alle unsere Verantwortung wahrnehmen. Und es geht hier schon in erster Linie um einen konsequenten EU-Außengrenzschutz. Weil die Situation, dass wir unsere Grenzen kontrollieren und dass die Menschen dann, wenn sie aufgegriffen werden, in Österreich einen Asylantrag stellen, hat uns in diese Situation gebracht, weil es nicht alle in dieser Konsequenz machen wie wir. Eine letzte Frage noch. Wie sehen Sie die von der EU-Kommission vorgeschlagene Erweiterung des Schengen-Raumes um Bulgarien, Rumänien und Kroatien? Da steht ja sogar ein mögliches Beitrittswete von Österreich im Raum, zumindest wenn es nach Innenminister Karner geht. Wäre das aktuell das richtige Signal? Oder vor allem auch, wenn man weiß, dass viele Geflüchtete über die Visa-Freizeitzone in Serbien kommen? Das muss im Detail geprüft werden. Aber wir brauchen natürlich gerade diese Länder in diesem Korridor sehr stark, um diese Situation auch entsprechend nachhaltig und konsequent bewältigen zu können. Wäre da die Androhung eines Vetos das entsprechende Druckmittel? Ich denke, ich finde Lösungen, die im Einvernehmen gefunden werden, immer die besseren Lösungen und die nachhaltigen Lösungen. Mir geht es einfach darum, wir haben eine Verantwortung. Wir haben alle eine Verantwortung. Das soll eine gemeinsame Verantwortung sein, aber auch Verantwortung muss Grenzen kennen im wahrsten Sinne des Wortes.